Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge FM20. Ja, da lief der Auftakt in 2022 leider nicht so gut. In der vergangenen Folge nur ein Unentschieden aus zwei Spielen geholt, wo ich mir eigentlich drei Punkte erhofft hätte, nach halt den beiden Spielen. Aber gut, starten leider auch mit sehr schlechten Neuigkeiten, weil wir weitere Verletzte haben. Masovic ist noch verletzt, dazu kommt jetzt auch noch Ilsanka, wir haben momentan keinen Sechser. Und Greilinger ist auch noch für dieses Spielziel gesperrt, das wird nicht so lustig werden. Sonst haben wir einen Leipzig-Sieg gehabt, Mainz-Sieg, Gladbach 0-0 gegen Frankfurt, Schalke hat verloren gegen Köln, Freiburg 3-0 gewonnen und Bayern 2-0 gegen Dortmund im Topspiel. Und wir spielen jetzt gegen Wolfsburg, die uns als erstes Team in der Bundesliga besiegt haben. Durch einen Brickalo-Head-Trick. Wir werden heute in VVII spielen und Tobi Jäger kommt mit auf die Bank aus unserer U19, weil wir halt mit Fagel Silver und Ernesto Torigros da vorne im Sturm spielen werden, gegen diese Formation hier von Wolfsburg. Jungs, es war nicht so schön, was in der Hinrunde abging gegen Wolfsburg, also pusht euch. Wir werden ein flaches VVII nehmen, ohne jetzt großartig heftige Experimente zu machen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, also breiter verteidigen würde ich jetzt schon gegen diese Taktik, will aber selbst enger spielen. Und dann kann es losgehen. Jungs, auf geht's. Nur Schlager und Maxi Arnold sind die Achter, die zentralen Spieler in diesem System. Diata und Brickalo auf den Außen. Rashica ist der Stürmer bei Wolfsburg und William muss sofort verletzt runter. Wepo kommt dafür rein. Ich werde auch mal auf... Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh, Alter. Diese Standards immer, ne. Habe ich mal wieder unter der Woche trainieren lassen. Habe noch extra den kleinen freien Trainingstag, den wir hatten, umstrukturiert. Aber, ja, ich weiß nicht, wie ich das ändern soll, ne. Wieder ein Eckball. Wieder Wolfsburg. Oh, Ophoff, dankeschön. Ein Wepo war es, der gerade reingekommen ist für William. Ja, den kriegen wir nicht. Cortez ersetzt übrigens auf der linken Seite. Das war jetzt unnötig. Auf der linken Seite Geilinger. Habt ihr aber, glaube ich, schon gesehen. Die gelbe von Bikirulo ist auch ganz schön risky, ne. Gilawogi bekommt die erste gelbe Karte bei Wolfsburg. Der rechte Part in der Dreierkette der Verteidigung. Brooks und Katschab sind die beiden anderen Innenverteidiger. Fünf Minuten noch bis zur Pause und sieht so aus, als... Oh Gott. Ich hab Angst. Cortez verliert den Ball gegen Maxi Arnold ganz schlecht gemacht. Das darf da nicht passieren. Gerade nicht von Maxi Arnold. Den sollten wir haben. Eichinger spielt übrigens auch in der Innenverteidigung. Hab ich aber auch schon in der letzten Folge angekündigt. Ach, was, was, Bikirulo, was ist denn los mit dir? Bei dem haben sie komplett in Zirn geschissen. Und das ist auch ganz schlimm. Aber Opow ist zum Glück gut. War aber auch abseits. Ach, ey, Bikirulo, was ist denn nur neuerdings mit dir los? Der macht ja ganz viel schlecht. Also ich weiß nicht, was da los ist, aber der hat jetzt die letzten Spiele immer so richtig haarströmende Pässe drin, die wir noch nie vorher von ihm gesehen haben. Das habe ich auch so nie von ihm erwartet, dass er dann sowas macht, weil er halt immer der Spieler bei uns im zentralen Mittelfeld war. Das ist unnötig, unnötig lange wieder gelaufen von Bayer. Die Jungs sollen den Ball gar nicht so lange halten. Das passiert halt, ne? Alle orientieren sich nach vorne, dann hält man den Ball viel zu lange und dann kommt natürlich so ein Bullshit-Ball raus. Das haben wir uns mal wieder selbst zuzuschreiben, weil das absolut schlecht gemacht war von Romain Bayard. Also die Fehler, die wir machen, die häufen und häufen und häufen sich. Und wir können leider aktuell nur zuschauen. Es ist wirklich sehr ärgerlich, wie das gerade den Bach runtergeht. Aber wir haben ja noch zum Glück genug Vorsprung. Nur ich würde mir endlich mal wünschen, dass wir wieder mal ein bisschen klüger spielen. Momentan ist es eine richtig große Grütze, die wir immer hinlegen. Und wir lassen halt so eine einfachen Sachen zu, ne? Darf halt auch nicht sein. Ich würde auch mal wechseln. Bayer hat sich ja leider als sehr schlechter Part heute bewiesen, indem er das Gegentor eingeleitet hat. Cortes wäre eigentlich auch klug, wenn man den auswechseln würde, aber wir haben leider nichts auf der Seite. Wir könnten Valentini da hinstellen und Paulo Henrique, ja, das mache ich mal. Weil Cortes spielt auch leider sehr schlecht. Ach man, das ist nicht so schön heute. Fängt leider genauso an, wie die letzten paar Partien aufgehört haben. Einfach mit vielen Fehlern und... Ja, dummen Aktionen, die dann einem Gegner die Chance geben, der bisher eigentlich gar nicht so von sich aus selbst gut aussah. Schade, dass der nicht ankommt. Hätte man auch ein bisschen energisch rangehen können. Auch hier geht man, ja, eigentlich gar nicht ran. Bicci Rullo, das war mal solider, aber, boah, Fabio Silva braucht auch ewig. So, Tori Grosser muss... Oh, das ist ein richtig guter Ball, Fabio Silva und das ist leider schon wieder abseits, wie in der vergangenen Partie. Ist aber auch leider komplett richtig. Schade. War wohl unsere letzte Chance auf den Ausgleich hier, denke ich. Und dann verlieren wir leider schon wieder und auch schon wieder gegen Wolfsburg, gegen die wir nicht wirklich ein Mittel finden. Das ist auch abseits. Ja, im Hinspiel war es halt Briccalo, jetzt war es ein richtig großer Fehler von Bayard, der direkt zur zweiten Halbzeit einen Konter eingeleitet hat, den dann Rashica genutzt hat. Ärgerlich. Es war doof. Und das 4-2-3-1 hat sich dann leider auch nicht als gut bewiesen, oder 4-4-2 natürlich, weil Grundauslage war 4-2-3-1, aber haben die 4-2-2 gespielt? 4-2-2? 4-2-2-2, so rum. Eigentlich haben wir 4-4-2 gespielt, weil wir gar keine Flügel-Spieler gehabt. Ah, jetzt fehlt auch noch Lukas May im nächsten Spiel. Kommt gerade alles zusammen, ne? Also wirklich alles. So, Cortez geht wieder raus, der bisher auch leider ziemlich enttäuscht, also das ist einer der Transfers, bei denen ich mich bisher richtig ärgere, dass ich den gemacht habe. Ich weiß nicht, ob Ilshanker bis dahin wieder fit ist, ich hoffe es. Jack Simpson und Eichinger werden dann in der Innenverteidigung spielen, höchstwahrscheinlich. Tobi Jäger kam nicht rein, geht auch gleich wieder in die U19. So, und den Rest gucken wir uns gleich. Nochmal genauer an. Vor allem, ob Ilshanker fit wird, was sehr, sehr wichtig wäre. Hat er gerade richtig gefehlt? Ja, hat er gegen Leverkusen 0-0. Ach, Mann. Schon wieder verloren, ey, das nervt jetzt aber auch langsam mit den Niederlagen. Sehr sogar. Herr Gladbach hat ja mittlerweile auch einen neuen Trainer, sind aber trotzdem weiterhin nur auf zwölf. Soll aber gar nicht so viel heißen, würde ich sagen. Masovic ist wieder im Teamtraining drin. Dann hätten wir wenigstens dort unseren Sechser. Ilshanker hatte übrigens einen Muskelfaserriss. Also, wird wohl eher nicht fit werden. Denke mal zwei bis drei Wochen noch, dann ist er wieder da. Wir müssen halt, wir sind jetzt halt schon wieder fast in der Situation, wo wir sagen müssen, dass wir gegen Gladbach gewinnen müssen, oder? Weil, Herr Form ist desaströs bei uns jetzt mittlerweile. Und ich habe echt keinen Bock noch in den Abwärtsstrudel zu kommen. Da, wirklich, das kann mir komplett gestohlen bleiben. Das will ich überhaupt nicht. Aber sind gerade auf dem besten Wege dahin. Neun Punkte auch nur noch. Auf den Relegationsrang. Das waren schon mal deutlich mehr. Und wir bötteln ja gerade so ein bisschen darum, dass wir noch weiter nach unten gehen. Ich weiß, es ist vielleicht noch ein bisschen früh jetzt, um irgendwie so davor zu warnen, aber Pessimist, wie ich bin, muss ich das sagen. Kann aber auch gleich wieder alles ganz anders aussehen, wenn wir gegen Gladbach gewinnen. Wie haben die denn zuletzt gespielt? Vorher war es ja nur mit Links- und Rechtsverteidiger auf den Außen. Haben die jetzt zwar ein bisschen mehr auf den Außen. Auch ein 4-3-3. Aber auch zwei Verletzte, wie ich gerade gesehen habe. Schwierig. Oniku haben sie. Der aber kaum spielt. Auch Alassane Player, wo ich das ja gerade rechts unten noch sehe. Viele Einsatzzeiten, aber wenig Tore gemacht bisher. Läuft bei denen nicht. Keine Ahnung, wo Magdeburg das Geld für Italiano hat. Aber sie probieren es, den zu holen für 2,1 Millionen. Und wir spielen am Freitag. Wieder mal auswärts. Kommt schon, Jungs. Das muss jetzt wirklich besser aussehen. Und auch ausgehen. Ilzanka kann sogar. Das ist sehr, sehr gut und extrem wichtig für uns. Dann kommt Masovic mit. Ilzanka spielt so oder so schon. Valentini lasse ich mal als Linksverteidiger drin. Greilinger, Brazao lasse ich drin. Geraldes ist ja eh tot. Dann kommt Wehre auf die Metzeller-Position. Eichinger und Simson hinten. Naja, sieht schon solide aus. Zakaria ist gesperrt. Luis Fernando nicht verfügbar. Und Lina ist doch fraglich. Belica ist der Trainer von Gladbach immer noch. Kurz noch mal rübergucken. Aber, naja. Oder doch, Bayar. Aber Bayar war jetzt schon echt sehr schlecht. Die letzten Spieler, aber Brazao war nicht wirklich besser. Ah, komm, auf geht's. Jungs, ihr könnt's. Ich weiß es ganz genau. Jetzt hört mal auf mit dem Scheiße sein und seid wieder gut, ja? 4-3-3 gegen 4-3-3, wie erwartet. Ah, Jungs, 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 Jungs. Bitte, bitte, bitte. Verwirrt, weil ich sage, beendet den Negativlauf. Auch gut. Macht schon wieder sehr viel Hoffnung, ne? Habe ich das Breiterverteidigen drin? Ne, mach ich rein. Oh, bitte, 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 ey. Und bitte verursacht nicht so viele Standards wieder. Ihr wisst doch, dass ihr das nicht könnt. Es ist aber, kann sein, dass ich gar keinen In-Game-Sound habe? Sollte aber an sein. Aber ich sehe es gerade nicht. Wundert mich ein bisschen. Oh Gott. Ah, doch, ich habe In-Game-Sound. Ich habe In-Game-Sound, aber in der Aufnahme steht nichts da. Das wundert mich ein bisschen. Jungs, oh. Muss ich gleich mal nach dem Spiel genauer gucken. Nicht, dass das schon seit der letzten Folge so ist. Hupsi. So, Greilinger, bitte ein guter Ball. Bitte ein guter Ball. Nein, nicht selbst schießen. Nicht selbst. Ich nehme das jetzt raus. Jetzt reicht es mir, Alter. Da ist es mir dann auch wurscht, dass die ZLMs vielleicht nicht so oft schießen, aber jetzt reicht es mir. Ganz ehrlich. So oft wie Greilinger das macht. Aber eigentlich ist es auch nur Greilinger, der das oft macht. Oh no. Oh no. Erstmal kurz ausgeführt. Jungsanker stark. Oh, gefährlich zum Keeper-Daut zurückzuspielen. Und warum? Ja, vier Mozi. Ich würde ihn eher auf Bayar sehen, aber... Oh, mein Herz, Junge. So, Fabi. Wir haben es gerade rausgenommen, ne? Extra für dich. Also, oh Gott, jetzt verliert er den Ball. Oh, ah, jaja, ich sims immer wieder mit einem heftigen Fehler. Er kriegt den Ball nicht angenommen, obwohl er nicht unter Bedrängnis war. Oben ist viel Platz. Ja, sieht Paulsen. Flanke kommt richtig gut und Bamba zum Glück auf die Latte. Oh, ey. Was ist mit diesem Simpson los? Vielleicht sollte ich mir das nochmal überlegen, ob ich den einplane für das nächste Jahr. Ei, 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 ei. Ich glaube aber, das lasse ich nicht draußen mit dem Schuss bei Freier Bahn. Einfach nur, weil die ZMs so wichtig sind dafür. Und Biki Rolo hat ja schon viele Tore. Also, in Relation zu sonst, was die ZMs sonst machen. Ne, ich wollte gerade sagen 0 zu 0, aber wir haben noch eine Szene und leider hat Gladbach den Ball. Das war gut gemacht von Fiamozzi, aber Bayar reagiert leider nicht schnell genug, um da ranzukommen. Jetzt wird Onyekuru gedoppelt, aber macht das hier extrem stark, löst sich auch von Fiamozzi. Ball wird nicht in die Mitte kommen. Das war so Geilinger Niveau gerade. Jungs, das ist nicht gut. Gladbach spielt mal super kompakt. Ich würde sagen, wir werden mal deutlich breiter spielen und gucken mal, ob das besser läuft. Die Anspielstation, ja, wobei die Anspielstation innen suchen, lasse ich mal noch drin. Ich würde auch eigentlich gerne wechseln, aber Alternativen sind nicht wirklich da. Geilinger jetzt auch mit Gelb. Das ist eigentlich meine erste Wahl momentan, ihn rauszunehmen für Cortes. Auch wenn Cortes bisher auch nicht wirklich krass war. Aber vielleicht macht er jetzt was Gutes. Also, auf geht's, Brandon Cortes. Zeig was. 20 Minuten noch. Spiel sehr verflacht anscheinend in der zweiten Halbzeit. Doppelwechsel bei Gladbach. Thüram rein. Für Müsel. Zehn Minuten noch. Wie kriegen wir hier noch einen Sieg hin? Brasau für Bayar würde eine Idee sein. Na, das machen wir auch. Kommt schon, Jungs. Ihr könnt das schaffen. Ich glaube an euch. Aber ihr müsst auch an euch glauben. Fünf Minuten nur noch. Zeit läuft sowas von heftig runter in der zweiten Halbzeit, weil gar nichts passiert. Fabio Silva für Torrey Grosser vielleicht. Aber es sieht so aus, als ob es hier nichts mehr geben wird. Wir trennen uns 0 zu 0 von Gladbach. Da war wieder mal mehr drin. Wie so oft leider die letzten paar Spiele. Wir sind jetzt fünf Spiele in Folge sieglos. Das ist jetzt die längste Dürreperiode, die wir hatten in der Liga bisher. Ich weiß nicht. Irgendwie ist das nicht so geil. Okay. Das ist hier aber nicht so geil, dass hier nichts ist. Warum ist meine Taktik hier nicht drin? Mal kurz gucken. Geht doch. Strange. Jetzt Hannover. Aber jetzt möchte ich wirklich einen Sieg sehen. Also ohne fucking Wenn und Aber. Wenn jetzt kein Sieg bei rauskommt, dann bin ich wirklich stinkig. Also bin so oder so schon, glaube ich, stinkig. Aber egal. Mann, ey. Ich wurde jetzt auch schon wieder so verwöhnt durch die Hinrunde, dass ich das, was ich eigentlich erwartet habe, dass es halt uns so schwerfällt in der ersten Liga so ausgeblendet habe und jetzt halt dadurch frustriert bin. Hätten wir das am Anfang gehabt, wäre ich nicht so frustriert gewesen. Wahrscheinlich, weil ich es erwartet habe. Aber da wir so gut gestartet sind, habe ich das gar nicht mehr erwartet und jetzt haben wir halt diese Frustphase. Und jetzt bin ich richtig frustriert, so wie wir spielen. So, zeig mal. Ach, siehste. Ich wollte gucken wegen dem Ingame-Sond mache ich gleich vor dem nächsten Spiel. Hattrick von Elys gibt Hannover die drei Punkte gegen Frankfurt. Dortmund gewinnt gegen Leverkusen. Köln gewinnt gegen Hoffenheim. Mainz gewinnt gegen Regensburg. Leipzig gewinnt gegen Hertha. 4-0 bei Wolfsburg gegen Freiburg. Und der HSV gewinnt gegen Bayern. Ne, spielt aber unentschieden. Und Leipzig macht sich auf, Meister zu werden. Drei Punkte vor Wolfsburg, drei Punkte für Köln. Haha, natürlich. Okay. Und vier Punkte vor Dortmund. Und satte fünf Punkte, sechs Punkte, sorry. Sechs Punkte vor Bayern. Wir haben weiterhin zehn Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang. Muss ich mir unbedingt merken, dass wir jetzt gleich kurz vor dem Spiel nochmal das Spiel neu starten. Weil ich glaube, ich hatte wirklich keinen Ingame-Sound. Also normalerweise sehe ich das immer rechts unten, welche Soundspuren gerade drin sind. Damit mir das nicht mehr so oft passiert. Aber ich habe gerade die ganze Zeit nicht darauf geachtet. Und ich glaube, dann sieht es eher so aus, als ob der Ingame-Sound nicht dabei wäre. Also ich höre ihn halt, aber die Spur wurde nicht aufgenommen. Ich glaube, daran liegt es leider. So ist Schalke gegen Union. Sollte eigentlich Schalke machen, aber... Ne, machen sie auch. 3-1. Ein paar Scouting-Berichte drin. Das sind Linksverteidiger. Halt die Position, wo wir am meisten machen müssen im Sommer. Deadline-Day ist jetzt auch. Wir machen nichts mehr. Ich glaube, wir werden auch nichts verkaufen. Weil die Spieler, die wir verkaufen würden von den Jugendspielern, bald ist ja der Intake, die werden nicht das an Geld generieren, was ich gerne haben wollen würde. Was halt schon eine Million wäre. Egal, ob der Spieler halt eine Granate wird oder halt nicht. Und die Granaten, die behalten wir ja sowieso. Also hoffe ich. So, ich möchte aber trotzdem mal kurz gucken, was macht unsere 19 weiterhin erster Platz in der A-Junioren-Liga. Aber weiterhin ist Unterhaching punktgleich. Wollen wir uns da vielleicht auch jemanden wegkaufen? Oder ist das zu asozial? Also zu asozial gibt es nicht. Ich würde da schon jemanden wegkaufen, aber da muss ja schon gut aussehen. Und Steigerwald sieht nicht gut aus. Und Sven Schubert auf den ersten Blick auch nicht. Wir hatten die beste Durchschnittsnote. Naim, der Außenspieler? Ne, der Stürmer. 15 Tore. Was würdet ihr denn für den haben wollen? Oh, aber ne, das ist mir nicht wert. Die Jungs, die machen das schon. Aber wenn es nicht mit dem Aufstieg klappt, dann kaufe ich nächstes Jahr die anderen Vereine kaputt. In der A-Junioren-Bundesliga. Aus Bayern. Weil ich möchte ja in die richtige, ne? A-Junioren-Bundesliga. Ist es eigentlich die A-Junioren-Bundesliga Bayern oder? Ist es die Junioren-Liga Bayern-Liga? Sorry, okay. Die Bundesliga hätte jetzt auch gar keinen Sinn gemacht. Weil dahin wollen wir ja. So, Auswahl bestätigen. Und Vigorou geht zu Leverkusen. Die haben nämlich nochmal ein Angebot rausgehauen, wo wir Geld bekommen direkt. Und das ist mir sogar noch ein bisschen lieber, als wenn wir... Wow, Italiano geht echt zu Magdeburg für 1,7 Millionen. Das ist mir jetzt echt lieber, als wenn er ablösefrei geht. Und brauchen wir ihn auch nicht mehr. Angebot für Lucic werden wir ablehnen. Von Mainz auch. Warum kriegen wir die Angebote eigentlich, wenn wir gesagt haben 2,5 Millionen? Weil sich das automatisch umgestellt hat, dass man das direkt ablehnt. Und auch Stuttgart hat ein Angebot abgegeben. Und viele Angebote für alle anderen, die dann aber auch zu schlecht sind. So, und Vigorou hat jetzt einen Marktwert von 91.000. 69er Scouting-Empfehlung. Hat ein Spiel bei uns gemacht, in der 2. Liga. Damit er die Medaille bekommt für den Aufstieg. Aber hat auch keine Zukunft. Ist auch kein Verlust, ganz ehrlich. Trotzdem hoffe ich auf den Intake, der jetzt dann wahrscheinlich Ende März kommt. Ende oder Anfang März. Wir werden es erfahren. Ich glaube aber nicht in der nächsten Folge. Aber wir gucken mal. Dauert jetzt ein bisschen länger wegen dem Deadline-Day. Zinchenko wechselt zu Lyon. Malangsa zu Benfica. Luke Bakke zu Leverkusen. Hier gibt es nichts Neues, weil die alle direkt abgelehnt werden. Millwall hat Palancja ein Angebot gemacht. Er kann auch gerne gehen, so schlecht wie der war. Lukas May wird aber im nächsten Spiel wieder spielen, neben Eichinger. Und in der Verteidigung werde ich am meisten machen, dann im Sommer. Rechtsverteidiger haben wir schon klar. Fiamozzi und Zardella werden auf jeden Fall eingeplant sein. Da wird auch nichts mehr passieren. Linksverteidiger müssen wir uns zwei holen und in der Innenverteidigung höchstwahrscheinlich sogar drei. Kann mir nicht vorstellen, dass wir nochmal mit Lukas May die Laie verlängern. Und kann mir auch nicht vorstellen, dass wir ihn kaufen können, weil einfach zu teuer für das, was er leisten kann. Prognose sagt übrigens von den Finanzen, dass wir 21,46 Millionen haben werden. Sprich genau das, was wir jetzt haben, dass wir keine Aufstockung bekommen. Das wäre auch ehrlich gesagt auch in Ordnung. Also mit den 20 Millionen komme ich schon klar als immer noch Aufsteiger. Hauptsache das geht dann stetig bergauf. Sollte es aber, weil wir halt schön das Bundesliga-Geld bekommen. Und Millwall hat wirklich Palancja geholt. Den könnten wir auch sofort verkaufen, aber das wäre wohl ein bisschen zu naiv, ohne Palancja jetzt in die Rückrunde zu gehen, wo wir jetzt gerade schon viele Verletzte hatten. Also das tue ich mir nicht an. Ich würde jetzt aber natürlich eine Backup-Rolle nur noch spielen. Also wir versuchen eher mit Simpson und Eichinger zu spielen, als mit Palancja. Und bei May weiß ich noch nicht. Also der hat jetzt auch so den einen oder anderen Fehler gehabt. Ist aber glaube ich immer noch unser bester Verteidiger. Und dass wir jetzt hier nichts im Winter auf der Linksverteidiger-Position gemacht haben oder auf der Innenverteidiger-Position ist meiner Meinung nach auch eigentlich okay, weil wir spielen weiterhin über unseren oder über den Erwartungen. Meine Erwartungen waren schon groß, aber die haben sie dann auch nicht eingehalten. Bisher. Ich erwarte aber, wenn wir schon dabei sind, dass wir jetzt gleich gewinnen gegen Hannover. Ohne Wenn und Aber. Gucken wir mal, ne? Bei Niklas Lang sieht es auch okay aus. Die meisten Investitionen hatte City jetzt getätigt. Gerade durch Assern schon natürlich. Chelsea, Atletico und dann Bayern und dann Milan. Bayern hatte sich jetzt... Bayern hatte sich jetzt... Kian Kirch von Köln und Maximilian Philipp geholt und Daniel Appiah. Abgegeben hat man Robert Skow per Laie an Real Sociedad. Maxi Philipp bei den Bayern. Ayo, alles klar. Beim Vorstand sieht weiterhin alles gut aus. Ich hätte auch nicht verstanden, wenn da irgendwas schlecht aussieht, weil wir spielen ja immer noch... Wirklich deutlich besser als der Vorstand es wollte. Die er gesagt hat, ansatzweise bitte gegen den Abstieg kämpfen und wir haben da momentan noch nichts mit zu tun. Im Pokal ist Nürnberg gegen Hertha weiter, die uns ja leider rausgespissen haben. Also Nürnberg. Hoffenheim gegen Hannover weiter. Dortmund ist raus. Köln hat die besiegt. Und Leipzig im Elfmeterschießen erst gegen Kiel weiter. Knappes Ding da. Und Dortmund raus öffnet natürlich die Möglichkeit für Leipzig. Die auf einem guten Weg sein könnten, das Double zu holen, aber es ist noch früh. Sind für mich aber der Top-Kandidat momentan. Einfach nur, weil Bayern und Dortmund sehr inkonstant spielen. Und Leipzig gefühlt die einzige Mannschaft ist, die ansatzweise Konstanz drin hat. Freiburg und Paderborn weiter. Und was machen die Bayern? Die Bayern sind auch weiter. 4-1. Und Mainz gewinnt auch 3-2 gegen Wolfsburg. Ich habe danach den Trainingsplan nicht gemacht. Ich wollte den eigentlich immer mal ein bisschen vormachen, damit ich dann nicht immer 2 Minuten, bevor ich die Folge anfangen möchte, aufgeschmissen bin. Aber gut. So, ich würde sagen, wir werden jetzt mal kurz speichern. Und dann gucke ich mal, ob ich den In-Game-Sound anbekomme. Normalerweise wird das aber gelöst, wenn ich das Spiel einfach neu starte, weil ich vorher immer den Audiokanal wählen muss, damit es aufnimmt. Habe ich jetzt halt leider vergessen. Hoffenheim hat gewonnen gegen Union, wenn auch knapp. Erik Weger trainiert mal schlecht, aber wundert natürlich nicht. Eichinger hat gut trainiert. Wird auch in diesem Spiel gegen Hannover spielen. Wir gucken uns noch die Ergebnisse am Samstag an. Dann haben wir Regensburg. Wir müssen die nächsten beiden Spiele ohne Wenn und Aber gewinnen. Und allein das wird halt sehr schwer. Gegen Hannover hatten wir übrigens in der Hinrunde mit 2 zu 1 gewonnen. Das war lange, sehr souverän, hatten lange 2 zu 0 geführt. Und ja, dann kurz vor Schluss, ich glaube auch durch den Standard, wenn ich das richtig im Kopf habe, gab es auch das 2 zu 1 und wir mussten kurz zittern. Ähnlich wie gegen Gladbach. Gegen Gladbach jetzt halt auch nur ein Unentschieden. Ich bin enttäuscht, enttäuscht, enttäuscht. So, HSV 1-1 gegen Leverkusen, Mainz mal wieder gewonnen, gegen Köln dieses Mal. Frankfurt 3-0 gegen Regensburg, Dortmund gewinnt 1 zu 0 gegen Hertha und Gladbach gewinnt 1 zu 0 gegen Freiburg. Und wir haben Bayern gegen Wolfsburg am Abend. Und wenn Bayern das nicht gewinnt, dann haben sie eine große Chance verpasst, oben wieder ranzukommen. Und sie verpassen es wirklich. Eieiei, also kann Leipzig jetzt gegen Schalke einen extremen Vorsprung ausholen. Und Bayern ist schlecht. So einfach ist es. Trotzdem haben die gegen uns gewonnen. Pfui! Ich meine, 10 Siege, 8 Unentschieden, 3 Niederlagen dürfte somit eine der schlechtesten Bayern-Saisons sein, die sie bis zum 21. Spieltag hatten bisher. Ob da jetzt Hansi Flick wackelt, weiß ich nicht. Gefühlt sind die, gefühlt ist der Bayern-Vorstand immer super lieb zu den Trainern im FM. Die können auch so scheiße sein und mit Platz 5 bleiben die trotzdem im Amt irgendwie. Was in echt halt niemals passieren würde. So, also ich werde mal kurz speichern und werde dann nach dem In-Game-Sound schauen. Im Prinzip muss ich eigentlich nur das Spiel neu starten. Und dann machen wir Hannover hoffentlich fertig, aber... Ja, Wundertüte, was wir jetzt hier gleich machen. Also bis gleich. So, da sind wir wieder und legen gleich los, würde ich sagen. Weigand und Weidand, nicht verfügbar. Ja, Caillou nicht verfügbar und Wolz ist fraglich. Eichinger, Mai, Fiamozzi, Valentini, ja. Ilzanka, Bikirolo, Vere, ja. Augen zu und durch, oder? Ich werde mal Cortez reinbringen, weil Greilinger jetzt auch nicht... Ja, das ist alles scheiße eigentlich aktuell auf den Außen. Ich habe mal gesagt, dass wir eine richtig starke Offensive haben und jetzt machen wir auf einmal gar nichts mehr. Tori Grosser wird auch kaum noch gefüttert. Oh, es schneit. 4-4-2, wie erwartet. Leider wird auch nicht so ganz schön, aber... Komm, wir kriegen es hin, ne? Ist doch auch noch Hannover. Auf geht's. Bitte nicht so viele Standards gegen uns. Hannover bisher drei Siege geholt. Fünf unentschieden und zwölf Niederlagen. Tordifference von minus 19. Bei uns momentan minus 2. Also da wäre es auch schön, wenn wir da mal was machen könnten. Aber da... Das wird, glaube ich, nicht gegen Hannover passieren. So ganz schön dicke Flocken. Aber ich glaube, wir können alles erkennen. So, Firmocci. Bitte in die Mitte spielen. Ja. So, aber ja. Tori Grosser hat kurz angedeutet, aber Ball kam nicht. Das ist ein schöner Ball. Tori Grosser kommt. Tori Grosser. Yes. Yes. So muss das sein. Sehr schön. Vorlage von Valerio wäre, der Geraldis ersetzt. Der immer noch kaputt ist. Ein schöner Ball aber auch. Ein bisschen schlecht reagiert von Illes. Wow, der Innenverteidiger hat einen Hattrick gemacht im letzten Spiel. Okay. Oh Gott. Szene direkt nach dem Anstoß. Ich mag gar nicht gucken. Warum sind eigentlich die fucking Linien blau? Ah, Skripski. Immer gefährlich wahrscheinlich. Illesanker schafft es nicht, den Ball zu gewinnen. Dux hat Platz. Shake hat Platz. Meiner hat riesig viel Platz auf der Außenbahn. Wird jetzt wahrscheinlich eine gute Flanke reinbringen. Und der Kopfball ist zum Glück drüber von Dux. Alter, wie heftig es schneit. Ich fühlte, haben die Schneeflocken auch eine andere FPS-Zahl als das Spiel. Wobei er ja dieses Jahr leider sowieso die Technik sehr streikt, gerne mal. Tori Grosser hat kurz mal gefühlt, aber durfte nicht ran. So ein 2-0 wäre halt so wunderschön, ne? Das war halt das Schönste aller Zeiten. Hinteregger. Oh, Cortes hat da kurz mal gehofft, aber war dann ein Hannoveraner zu viel? Ja, wir haben auch ziemlich schön aufgepasst. Bayer kommt hier auch vorbei. Jetzt haben wir vielleicht eine gute Chance. Tori Grosser ist in der Mitte anspielbereit. Ah, und Bayer bleibt an den Zimmermann hängen. Oh, und Tori Grosser hat... Oh, 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 nee. Junge, Flachschießen hoch gewinnen. Du weißt es doch. Oder Flachspielen hoch gewinnen. Aber Flachschießen hoch gewinnen ist auch okay. Ah, schade. Dickisch. Oh, schöner Pass, Cortes. Aber der geht ein bisschen zu weit raus. Und verliert dann auch gegen Zimmermann den Ball. Ah, riesige Chance auf das 2-0 von Tori Grosser. Leider nicht genutzt. Standard von uns. Den kriegt Cortes. Oh, das ist ein Elfmeter. Schiri, das ist ein Elfmeter. Mhm. Ja. Und jetzt hat Tori Grosser wirklich die Chance. Bitte, 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 bitte. Oh, eisekalt. Perfekt, präzise. Sehr schön. Ernesto Tori Grosser. 16. Saisontor. 2-0. Sehr schön. Ah, perfekt, ne? Also, besser kannst du den eigentlich nicht mehr präzise spielen. Kannst du natürlich nur mit mehr Wucht oder so schießen. Oder etwas höher. Aber, Tori hat es so oder so schwer, wenn du so präzise schießt. Sehr schön. 3-0 jetzt, bitte. Ich habe immer Angst vor diesen 2-2's, obwohl wir jetzt schon Ewigkeiten kein 2-2 mehr hatten. Mal gucken, was machen die so. Ja. Heatmap ist extrem bei denen, ne? Also, Ballbesitz ist auch extrem bei Hannover. Müssen da echt aufpassen. War da so, Jungs? Wollen wir mal kurz gucken. Der hat echt einen Headtrick gemacht, einfach im letzten Spiel. Oder im vorletzten Spiel, wo auch immer das jetzt war. Wir hatten es jedenfalls gesehen. Unglaublich. Also, ich habe echt noch Schiss, ne? Weil der Ballbesitz ist extrem bei Hannover. Hatten wir eigentlich noch nie. Dass der Gegner so viel Ballbesitz hat und wir halt nicht. Ampoma kommt rein. Uff, da kamen wir aber sehr spät in die Szene rein. Bah ja, mit dem Freistoßziele hat gerade noch so geklärt. Aber wir haben den Eckball. Der leider nicht gut kommt. Bikirulu verliert den Ball gegen Ampoma. Unsere Passgenauigkeit ist auch schlecht. Vielleicht sollten wir da sagen, Jungs, kürzeres Passspieltempo etwas rausnehmen. Vielleicht können wir dadurch auch ein bisschen mehr Ballbesitz generieren. Die letzten 5 Minuten gehen auf jeden Fall ein bisschen mehr zu uns. Ah. Ja, wieder in der Breite nicht aufgepasst. Und Uff macht das gut. Ich würde sagen, wir werden dann auch gleich mal wieder breiter verteidigen. Und als nächstes sage ich meinen Außenstürmern, dass sie mit nach hinten gehen sollen. Auf Unterstützen. 3-0 wäre halt so unfassbar geil, ne? Wäre schafft es hier nicht gegen 2. Das ist oft so, ne? Das bei Hannover irgendwie zwei Leute auf einer Position stehen. Prömel hat auch ein bisschen Platz. Meiner guter Ball in die Mitte. Skripski kriegt ihn. Und Ampoma zum Glück drüber. Das war jetzt super wichtig. Wäre der jetzt reingegangen, ich glaube, dann hätten wir echt noch das 2-2 kassiert. Wenn nicht sogar verloren. Aber wir brauchen das 3-0, glaube ich. Hannover wird immer besser. Ach, ja, die werden wirklich immer besser. Und nutzen immer mehr diese Lücken auf unserer Außenbahn aus. Das ist Abseits. Und da haben wir richtig Glück, weil Ampoma, hätte er den nicht berührt, wäre der, glaube ich, auch so reingegangen, oder? Jung kommt rein für Jake. Zeig mal, ich brauche eine andere Perspektive. Ach, können wir gar nicht. Okay, in den Upsets Replays ist es nicht drin. Ich weiß nicht, ob der reingegangen wäre oder nicht, aber... Es war auf jeden Fall glücklich. Mir gefällt das mittlerweile überhaupt nicht mehr. Ich möchte auch gar nicht so viel Ballbesitz haben, ist mir gerade aufgefallen. So, spielen ein bisschen breiter. Machen es dann so. 20 Minuten noch. Ich würde sagen, ein Zeitspiel ist auch immer ganz gut. Wenn Hannover bis zur 85. nicht das Tor macht, dann haben wir Glück. Bacalauts mit Gelb. Man muss nicht mehr lange durchhalten, aber... Übrigens habe ich schon wieder keinen In-Game-Sound, ne? Das sehe ich gerade. Irgendwas stimmt da überhaupt nicht. Werde ich aber in der nächsten Folge fixen. Versprochen. Oh, Valentin, jetzt... Ah, Cortez, nicht pennen, rennen! Kriegt ihn immer hin. Oh, kurz und schlecht. Meine Fresse, ey. Das war jetzt besser. Wäre stark weitergeleitet auf Tori Grossa. Oh, das ist... Oh, oh, hatte der etwas schon? Ja, der hatte schon. Prümel bekommt die gelb-rote Karte und damit sollte es jetzt eigentlich entschieden sein. Fabio Silva kommt nochmal rein. Wir gehen dann nochmal auf Doppelsturm. Fabio darf nochmal kurz zeigen, was er kann für fünf Minütchen. Und das sollte es jetzt eigentlich gewesen sein, wenn Grisha Prümel die gelb-rote Karte bekommen hat. So, Cortez. Vielleicht nochmal eine schöne Flanke. Die sieht gut aus, aber Zieler passt auf. Pass mal auf, jetzt kassieren wir doch. Oh, okay, da steht gar keiner. Nochmal vielleicht zurück auf Bikirolu. Der hat viel Platz jetzt gerade. Schöner Ball auf Bayer. Flankt in die Mitte. Cortez und Zieler. Macht das auch leider sehr stark. Sehr schön. Tori Grossa. Wieder. Tori Grossa ist einfach Mr. King. Ich liebe den Typen. 17. Saisontor, ey. Junge, Junge, Junge. Das 14. jetzt, glaube ich, in der Bundesliga. Und auch hier wieder ein Hattrick, ne? 9,6 Note. Wie kann ein einzelner Italiener nur so unfassbar geil sein? Ich liebe ihn. Der ist der geilste Typ ever. Wir bringen nochmal Masovic rein. Und Brasau. Und dann ist gut für dieses Spiel. Und dann haben wir zum Glück wieder gewonnen. Jetzt noch gegen Regensburg in der nächsten Folge am Anfang gewinnen. Und alles ist schön. Sehr schön, Jungs. Einfach nur sehr schön. Genau so muss es halt laufen, ne? Ui. Endlich, ne, auch. Das Team des TSV 1860 München steigert sich und vernichtet Hannover 96. Alles klar. Also, chillt mal ein bisschen ab. Aber vernichtet haben wir die nicht. Alter. Und vernichtet Hannover. Mhm, 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 mhm. Echt nicht. Alter. Was ist denn los bei denen? Was macht Schalke gegen Leipzig? Wenn Leipzig gewinnt, dann werden die Meister, sag ich. Schalke hat was? 4-0? Schalke hat 4-0 gegen Leipzig gewonnen. Und damit ist Schalke richtig dran. Dortmund ist auch richtig dran. Wolfsburg ist richtig dran. Köln ist auch noch, ey, was ist denn, das ist ein nicer Fight bisher. Weil Bayern wirklich schlecht ist. Anders als in echt jetzt in der aktuellen Bundesliga-Saison, wo jeder meint, richtig geiler Bundesliga-Kampf, spannendster Kampf aller Zeiten. Und dann, ja, wird Bayern trotzdem wieder mit 9 Punkten oder so Vorsprungmeister. Einfach nur, weil die anderen alle zu inkonstant sind. Wer soll das werden? Leipzig, die so inkonstant sind? Na, noch nicht. Dortmund? Pff, ne. Echt nicht. Die 700 Gegentore pro Spiel kassieren? Never. Also, gefühlt ist ja die HS4-Abwehr da stabiler. Gefühlt ist meine Abwehr hier im Spiel stabiler als die Dortmund-Abwehr, nicht? Aber gut, kann natürlich noch alles passieren, ne. Wer weiß, ich bin ja kein Hellseher. 21 Spieltage um, 30 Punkte. 10 Punkte, weiterhin Vorsprung auf den 16. und auch 15. Platz. Aber wir müssen weiter pushen. Wir gucken nicht nach oben, da ist der Zug eh abgefahren. Platz 6 ist halt 8 Punkte weg. Wir gucken nur nach unten. Haben noch 13 Spieltage. Müssen die nächsten zwei Folgen eigentlich alle erforderlichen Punkte holen, würde ich sagen. Und dann ist es easy. Na gut, gucken wir mal, ob wir das schaffen, ne. Ich werde jetzt auf jeden Fall in der nächsten Folge das Problem mit dem Ingame-Sound fixen. Vielleicht gab es auch Ingame-Sound und es ist ein Anzeige-Bug, aber ich glaube nicht. Also sorry dafür, aber wird gemacht und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder am Mittwoch und bis dahin. Und drückt mal bitte die Daumen, dass es genauso gut läuft wie gegen Hannover, weil das hat Spaß gemacht, das ist vorher nicht so. Aber wir arbeiten dran. Also bis dahin. Tschö. Tschö. Tschö.